Hallo alle miteinander. Ja, jetzt mal was für die Insider. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das klappt, aber ich habe eine Rezession erhalten, eine 1-Sterne-Rezession von der Rose Jupiter. Habe jetzt drei Arme und drei Köpfe nach dem Besuch des Hotels und ich schlief auf gelben Kanistern. Für was ist das? Ja, was soll ich denn davon jetzt halten? Ja, ich habe doch vor Jahren mal ein Video über das Kernkraftwerk Biblis gemacht und habe dabei mitbekommen, dass auf Google gefragt wird, wer der Eigentümer von dem Ding ist. Und damals habe ich einfach aus Juxendalerei mal auf OK geklickt, auf dieses Häkchen. Hätte ja nicht gedacht, dass das wirklich klappt. Und jetzt werde ich immer noch jahrelang als Inhaber vom Kernkraftwerk Biblis geführt. Also irgendwas funktioniert hier noch nicht so richtig, glaube ich. Rläufe, wir können hier coherenzieren. Räufe, wir können hier eben noch nicht Vouscular Wir können hier kurz eine Räufe kommen nicht mehr, mit dem Thema Profis geeяться.